Hallo. Guten Tag liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. In der heutigen Ausgabe der Presseschau zum Thema Borussia Mönchengladbach. Bei gladbachfahren.de gibt es folgende Themen. Schubert's Plan für Borussia, mutig sein. rponline.de Gladbach im Top-Duell mit Hertha. Welt.de Schon Einheit für vier Nationalspieler. rponline.de Marmutterhoth. Das Duell der unterschiedlichen Dauerläufer. bzberlin.de Granit Xhaka. Die große Granit Xhaka-Story, Video. Sport ersterte. Xhaka, ein Chef wie ein Sforza. nzzch. rafael. Schlechte Aussichten für rafael. rponline.de Pelldadei Ich hoffe, dass rafael spielen kann. berlinerkurier.de Zahlen zeigen, rafael so gut wie nie. kicker.de Max Eberl. Was rb Leipzig da macht, hat einen Faden bei Geschmack. fukes.de Arie Fanland. Fanlands Erinnerungen an den SC-Fall. Fupanet. Diese und weitere Informationen und Verweise. sowie heiße Transfergerüchte. gibt es auf gladbachfahren.de Besucht, bitte. gladbachfahren.de GmbH. 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 Untertitelung des ZDF, 2020